Der Mannheimer Maimarkt erweist sich auch in diesem Jahr wieder als Publikumsmagnet. Bis vier Tage vor Ende des diesjährigen Schausteller-Events waren bereits wieder mehr als 220.000 Besucher vor Ort, um sich bei den 1.400 Ausstellerständen aus den unterschiedlichsten Branchen in diversen Themenhallen und Vergnügungsständen zu informieren und zu bummeln. Dabei gibt es für alle Altersschichten und unzählige Interessensgebiete wieder viele Neuheiten und Specials. Eines dieser Spezialthemen, dem sogar eine ganze Halle gewidmet wurde, ist das Thema Beerdigung. In den letzten Jahren haben sich hier neue Trends entwickelt, zum Beispiel die Waldbestattung. Das ist eine alternative Form. Man hat eine neue Auswahlmöglichkeit ergänzend. Es ist eine Bestattung in der Natur unter den Bäumen im Wald mit einer Urne, die biologisch abbaubar ist. Man hat also so Namenstafeln, die werden an den Baum gehängt und darüber ist dann die Persönlichkeit identifiziert. Sprich, man hat die Namensnennung am Baum und es kommt auch noch eine Baumnummer an den Baum. Diese beiden Anbringungen sind wegabgewandt, nach innen am Baum dann zu finden. Auch bei der Grabgärtnerei setzt man immer mehr auf kunstvolle Arrangements statt schlichter Bepflanzung. Gärtner Bernd Stelzer stellt in der Themenhalle diverse kunstvoll bepflanzte Beispielgräber aus. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel mal vier Gräber angelegt, der Jahreszeit entsprechend. Einmal hier im Frühlingsbeet, dann hier im Sommerbeet, da vorne im Herbstbeet und dann nochmal winterliche Abdeckung. Obwohl das jetzt eigentlich schon vorbei ist oder das kommt erst, das ist schon vorbei, haben wir das trotzdem so hingekriegt, dass wir mal die vier Jahreszeiten hier zeigen können. Ansonsten haben wir noch Schaugräber hier, elf Stück, was zu unserer Rückseite hier passiert. Auf der anderen Seite haben wir nochmal einen Ausbildungsbetrieb vor, mit einem Auszubildenden heute. Er ist im ersten Lehrjahr, pflanzt mal so ein paar Bodendicker aufs Grab. Ja, ansonsten haben wir hier noch einen Partnergrab da vorne. Und das Ganze geht über die Genotschaft Badischer Friedhofsgärtner, hat dieses Jahr ihr 50-jähriges. Und dann wird hier beraten über Dauergrabpflege, über normale Grabpflege und auch über die verschiedenen Bodendicker, was wir hier zeigen und ausstellen. Was natürlich nicht fehlen darf, ist ein passender Grabstein. Hierum kümmert sich zum Beispiel Stefan Safferling. Also keine Fließbandarbeit, sondern immer individuell angefertigt? Ist immer ein Einzelstück, genau, das stimmt, ja. Und mit welchen Materialien arbeiten Sie? Welche Steine, Steinarten werden benutzt? Ja, vorzugsweise regionale und europäische Materialien, aber im Grunde kann man jeden Stein bearbeiten, also weltweit im Grunde. Wir arbeiten vorzugsweise mit regionalen Materialien, also Muschelkalk, Sandstein, Granite, komplett Querbeet eigentlich, Kalkstein, ja. Wir machen wirklich also eher vielleicht ein bisschen schlichtere Formen, aber wenn jemand was Filigraneres möchte, dann machen wir auch was Filigraneres. Also das ist wirklich Querbeet, wir sind ganz breit aufgestellt. Zu Lebzeiten ein großer Fußballfan, warum nicht in einer Fußballurle bestatten lassen? Hierzu Liane Kasper von der Bestattungsfirma Bühn. Die Fußballohnen, das ist die Idee, es gibt sie, die Ohnenhersteller bieten sie mit an. Man kann sie mit Logo erwerben und wir haben jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien einfach zum Aufhänger genommen, mal eine andere Form der Ohnen darzustellen und den Leuten näher zu bringen. Auch für echte Tierfreunde wachsen die Möglichkeiten, dem eigenen Haustier auch nach dem Ableben nahe zu bleiben. Im Gegensatz zum Menschen darf man die Ohnen kremierter Haustiere nämlich zu Hause aufbewahren. Tino Troncone vom Kleintierkrematorium Rosengarten hierzu. Wenn ein Tier verstirbt, dann ist es immer eine schlimme Angelegenheit, da Tiere, Hunde, Katzen mittlerweile Familienmitglieder sind. Und das ist dann eine schlimme Angelegenheit. Und wir betreuen die Leute dann durch ihre Trauer hindurch, zeigen ihnen auf, den Weg, den sie finden können für sich, durch die Trauer zu gehen. Und wir holen die Tiere ab, zum Beispiel auch von zu Hause oder vom Tierarzt. Und wir sind ein Krematorium. Das Schöne ist, dass man dann in Form einer Urne seinen Liebling wieder zurück nach Hause bekommen kann. Das Schöne ist, man kann im Prinzip damit machen, was man möchte. Nach Hause holen in Form einer schönen Urne. Da gibt es dann auch eine schöne Auswahl. Es gibt sogar kleine Medaillons, wo man einen kleinen Teil der Asche, hier unten, einen kleinen Teil der Asche bei sich dann tragen kann. Nachdem man sich über dieses eher unheitere Thema informiert hat, sollte man wieder auf andere Gedanken kommen. Warum also nicht einen Abstecher in die Spielhalle machen? Hier können sich vor allem junge Menschen beim Torbandschießen, an Mahl- und Spielecken oder beim Stöbern an den Spielzeugständen auf andere Gedanken bringen. Und auch Erwachsene finden in dieser Halle sicher die ein oder andere Anregung für das nächste Geburtstagsgeschenk. Für die ganz Großen lohnt es sich sicher, sich auch einmal nebenan in der Bauhaushalle umzusehen. Dort wartet die Baumarktkette nämlich mit einem breiten Sortiment von Bohrer bis Rasenmäher auf, die man mittlerweile auch im Onlineshop finden kann. Auch die Nautikabteilung bietet viel Neues für Bootsfreunde und Wasserratten. Der Anspruch ist wie immer bei Bauhaus, wir wollen den Kunden zeigen, was gibt es Neues, auch Altbewährtes. Für uns neu in diesem Jahr, was wir den Kunden zeigen wollen, ist einfach einmal unser Online-Auftritt mit dem Onlineshop. Ganz einfach, reingehen, www.bauhaus, kommen Sie direkt ins Programm rein, werden weitergeführt. Sie können alles bestellen, Ziel ist es, genau wie über die Kataloge das Komplettprogramm abzurufen und bequem von zu Hause aus zu bestellen. Wir sind Deutschlands europaweit größter Nautikanbieter mit einem Komplettprogramm, also nicht nur Zubür, auch Boote, alles was der Kunde sich wünscht. 40 Niederlassungen in Deutschland, Europawatt 100 und der Zuspruch ist einfach da. Uns macht Spaß hier, das Interesse ist riesig und unsere Verkaufsmannschaft ist wirklich engagiert. Und ich denke, das ist für Bauhaus ein Thema wieder, wo wir uns darstellen können. Natürlich gibt es auch viele andere attraktive Themenhallen auf dem Maimarkt zu entdecken. Ein Besuch auf dem Maimarkt ist noch bis zum 6. Mai möglich. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017